Hallo zusammen und Leute, gerne. The English Teaching Video is another one. Try the next teaching video. Dieses Video ist in Deutsch. Es gibt aber auch ein englisches Unterrichtsvideo. Das ist das Zeichen. So, Tollto Lately, mein aktuell neuer Tanz. Den wünscht ihr euch auch mit einer deutschen Unterrichtsfassung. Das Video kriegt ihr von mir. Wir haben acht Achtel, das bedeutet ein langsamer Schritt in zwei Schläge. Wir starten mit einem Rückwärts-Rückwärts-Coaster-Step. Also Linksrück, Rechtsrück, Rück, Rand, Vor. Ein Shuffle-Vorwärts, Shuffle-Step. Ihr könnt auch gerne Lock-Step tanzen. Und eine Viertel-Step-Turn mit einem Cross-Over. Das Ganze wird gezählt, wenn man es nicht gezählt, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ihr seht, das sind schon die ersten zwei Achte. Es geht weiter mit einer Weave, also einem Side-Hinter, Side-Drüber und zwei Scissor-Steps. Scissor-Step, Side-Run-Cross. Hier hängen wir jetzt noch zwei Drehungen dran. Wir drehen den Rechtsrückwärts, wir drehen die Halbe weiter und links vorwärts. Rechts, jetzt fahren wir von vorne bis dahin mit den Zahlen durch. Wir haben einen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt sind wir schon bei Ihr Achter. Es geht weiter mit einem Monterey-Turn. Point. Halbe. Point. Nichts. Point. Viertel. Point. Nichts. Rechter Fuß. Step. Links. Touch. Links. Rück. Rechts. Kick. Rechts. Rück. Links. Heel. Links. Step. Rechts. Kaff. Das ist ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 schaffen es hinten dran. Rechter Fuß und linker Fuß. Nochmal ab der Monterey-Turn. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier an der letzten 8 jetzt gibt es eine Option. Nämlich die Option ohne Drehung zu tanzen. Und nur ein Mambo-Step. Ball-Step. Ball-Step. Weil dann geht es schneller. Und dann kommt nochmal hold, 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 hold. Wenn wir das zählen können etwa. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold. Einmal von vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die Original-Nation ist etwas schwieriger. Die ist dann hier vorne in der Drehung. Shuffle-Step. Shuffle-Step. Ich sage immer Mambo-Turn. Dann tun sich meine Beteile immer ein bisschen leichter. Warum auch nicht? Wir haben eine halbe Drehung. Dann haben wir nochmal eine vorwärtsgelaufene Drehung. Und Ball-Change. Dann haben wir den gleichen Effekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Geht es ein paar Mal trocken durch. Und wenn ihr es könnt, dann schickt mir gerne ein Video. Tschüss.